einen wunderbaren guten morgen in die runde so ich bin wieder erholt, frisch geduscht, frisch das wetter ist scheiße und heute geht es dann weiter, so jetzt war ich mich dann wieder Richtung Norden, ganz hohe Richtung Ulm, aber mit vielen Zwischenabstechern heute oder vielleicht auch erst morgen, das müssen wir mal gucken, bin jetzt auch auf dem Hof, auf dem Demeterhof von Peter eingeladen und da werde ich dann heute hinlaufen und entweder von heute ankommen oder morgen, das mache ich jetzt ein bisschen vom Wetter an der Strecke ab es ist wirklich verrückt, heute ist es echt kalt, es hat 15 Grad weniger als gestern und es schüttet und das wahrscheinlich den ganzen Tag die Kuh im hauseigenen Massagesalon so schön es ja gestern war, so scheiße ist es heute, landschaftlich ist der Hammer, aber es ist saukalt, es regnet mehr oder weniger die ganze Zeit auf der ganzen Strecke noch nicht mal eine Tankstelle, wo man sich mal einen Kaffee besorgen könnte, es gibt hier nichts ich kann euch nicht vorstellen jetzt muss ich hier echt noch so einen ausgewaschenen stich hochfahren und jetzt gerade an der steigsten stelle ist der akku alles muss ich das erst noch wechseln ich kann bald nicht mehr ich bin echt alle folgen wir schon die ganze zeit jetzt aber welt mit ihren scharfen zähnen die einen anfallen und ins bein beißen so und den herren den ihr da sieht das ist der peter und bei dem ich jetzt untergekommen bin auf seinem demeterhof und dessen nur was waren es 13 oder 15 kühen von 100 oder so plus diverses anderes bitte ok was sind es dann hat das wusste ich jetzt auch nicht für mich war eine kuh schon immer die kuh ok wieder was gelernt alles was ok ok Okay. Okay.